Du und ich stehen möglicherweise kurz vor einer Legalisierung in Deutschland und so wird das Thema Eigenanbau ein Riesenthema. Da haben wir uns als börsengelistete Kannergruppe gedacht, wie fein wäre es ein Unternehmen in die eigenen Reihen zu holen, die mit über 25 Jahren Erfahrung im Geschäft eine unglaubliche Expertise in genau diesem Bereich Eigenanbau mitbringen. Und genau das haben wir gemacht und sogar sehr günstig, denn Busch Doktor hat erst kürzlich seinen Sanierungsplan erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben uns so schlauerweise das ganze Eigenanbau-Universum in unsere Gruppe geholt. Denkt mal darüber nach, wir haben jetzt nicht nur die Expertise und Erfahrung in der Kannerbranche, sondern auch ein etabliertes Filialnetzwerk und einen vielfältigen Online-Shop, den wir mit unseren Ressourcen neu strukturieren und stärken. Dies ist ein bedeutender Schritt, um unsere Marktposition im Bereich des Eigenanbaus zu stärken und stellt euch einfach vor, welche Möglichkeiten das für uns alle eröffnet. Besonders jetzt, wo die Legalisierung von Kanner in Deutschland greifbar in der Nähe erscheint. Und ich persönlich freue mich riesig, euch unsere Vision eines umfassenden, nachhaltigen und kundenorientierten Kanner-Erlebnisses zu präsentieren. Und ich halte euch dabei auch auf dem Laufenden, besonders was unseren Online-Shop angeht. Wenn du also das Thema Eigenanbau interessiert bist, bleib dran und verpasse nichts hier auf unserem Kanal.